Hallo. Grüß dich. Danke. Wo sind wir jetzt? Biel. Schau, das waren wir. Heute am Laden. Patrick, falsche Anzeige. Ja. Wir fahren auch weiter. Mors. Wir fahren auf Mors. Was? Wir sind im Video. Autsch. Oh Gott. Du kannst mir die Beeren schlagen. Oh nicht. Du kannst mir gerade die Beeren schlagen. Ich muss jetzt meine Bähner sein. Ich kann mir vorziehen. Du kommst zum Schein. Und da hast du es. Ich meine, wenn man sich nur ruhig neben dem Schatz hinlegen und dann mal auf der Erde. Der hat ausgemüssen. Hast du kurz erlaubt in der Schweizerin? Ja. Nein. Im Bierleben schon. Was würdest du machen, wenn ich auch würde? Ich bin Bundesrätin. Oh. Wir haben etwas beim Ohr gestochen. Ja, mich. Nein, ich meine selbst. Wir haben etwas beim Ohr gestochen. Ah, ist das ein Wäschbein? Keine Ahnung. Die Ohrenlöpfle ist geschoben. Oh. Ich weiß nicht. 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 Oh, ich schaffe dir etwas zu tun. Es ist total rote. Ja. Es sieht aus wie ein Geschwoll. Ich muss diesen Morgen zum Bierarten. Naaah. Ja, der Furz gehört mir einfach im Video. Ich schicke es gleich zum Sand an. Ich habe es im Ad, das habe ich auch gesehen. Ich schicke es zum Sand. Nein, hast du den Fuß aufgenommen? Nein. Du hast nur stehen. Hast du den Fuß aufgenommen? Ja, ich bin noch fein. Ich gehe erst durch, wenn der Zug abgeholt hat und die Tür auf sich ist. Aber ich mache den Weg mit den Paaren gleich auf. Die fliegen alle, die hängen zu hoch, die wollen einsteigen. Und der Zug fliegen alle in die Luft. Er hat so eine Kanone hinten. Und der hängt noch 13 an. Der geht auf Lugano. Ich kann das nicht den Bomben entschärfen. Nicht mehr so stark. O-M-E-G-A. O-M-E-G-A. Wir müssen das E wegnehmen und dann O-M-G. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich A-G-S? Okay. Alles gleich sicher. Und A-I? Achtung, Rüssen. A-R. 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 Achtung, Rüssen. Oh Gott. A-G. Achtung, Gefallen. Durgau. T-G. Total geil. B-E. 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 W-E-L. B-E. Unt born in erliegen. S-P-E. F-E. B-E. Gehen wir nachher? Nein. Buh, 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 Buh. Ja, das kann auserschreien. Schau, da kann man die Uhr Fernseh nicht runter tun. Dann wird es auch richtig, hop, hop SCB auserschreien. Ole SCB, ole SCB, ole SCB. Ich bin in welcher Meinung. Das SC ist im Arschloch hinten. Oh, 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 oh. Fri, ful, cacero. Oh, Fri, ful, cacero. Oh, Fri, ful, cacero. Willkommen, bienvenue, car Bahnhof Biel Bien. Ihr dürft auch wieder in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ole. Wisset ihr was? Der Bieler Bahnhof explodiert, sobald der Zug weggefahren ist. Oh. Wo ich so eine Rakete abgelassen habe, vorhin. Ja. Leute, ihr geht niemals zum Patrickchen Ausgang. Er furzt wie ein Schwein. Ich habe schon.